Mein Name ist Silvan Klaudrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Cafe, Olaf Koch, der CEO der Metro-Gruppe. Hallo Olaf, cool, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Schön, dich hier zu haben. Sehr schön, also ich hatte auf jeden Fall Spaß dran, mich vorzubereiten auf das Gespräch und hatte mich gefragt, wie alt bist du eigentlich überhaupt? 49. 49, okay, cool. Wirklich? Das heißt, bist du mit Computerspielen aufgewachsen? Naja, ich bin so ein Commodore 64-Kind. Ah, wirklich, ja? Ja, doch. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Selber jetzt? Am Wochenende, ja. Wenn man Kinder hat, dann spielt man auch mit den Kindern nicht nur mit Spielzeugen. Also meine Kinder sind auch schon ein bisschen älter. Wie alt sind die? 21, 19 und 13. Okay, okay. Und da kommt FIFA, da kommst du nicht dran vorbei. Okay, also bist du sonst auch Fußballfan? Ja, doch, absolut. Kennst du diese Rollenspiele, die es gibt? Keine Ahnung, Dungeons & Dragons oder Fallout oder sowas? War nie so richtig mein Ding, muss ich sagen. Okay. Also da bin ich nicht so richtig mit warm geworden. Mehr Action dann irgendwie? Ja, genau. Also ich bin eher so, wenn ich dann was spiele, dann spiele ich gerne konkret intensiv, aber dann auch für den Moment. Also jetzt mich dann so voll einzulassen auf eine lange Story, das ist nicht mein Ding. Braucht man viel Zeit irgendwie. Bei diesen Spielen, da gibt es ja dann am Anfang musst du deinen Charakter irgendwie immer so gestalten. Das heißt, du kannst dann irgendwie so Punkte vergeben, zwölf im Avatar, entweder ganz viel Charisma oder viel Intelligenz oder viel Kraft oder was auch immer. Wenn ich mir mal vorstelle, wenn du so ein Avatar wärst und du würdest jetzt deinen Führungsstil bauen und würdest die ganzen Punkte verteilen, wo hättest du denn viele Punkte verteilt? Wow. Okay, einen Avatar habe ich tatsächlich wirklich nicht gebaut in jüngerer Vergangenheit, aber wenn ich jetzt mal die Assoziation mit Spielen suche, dann würde ich sagen, reaktionsschnell. Ich glaube, ich kann mich auf die Situation einlassen und dann entsprechend agieren. Ja, insofern Racing-Spiele sind so mein Ding. Und wenn ich das jetzt versuche zu übertragen auf deinen Job, das heißt, musst du häufig Entscheidungen schnell treffen oder musst du mehr irgendwie Recherche machen und ins Detail gehen? Ich denke, grundsätzlich geht es ja darum, dass man schon eine Linie hat, also einen Blick, wo soll die Reise hingehen und dass man an dem dann auch festhält, was man sich vorgenommen hat. Aber die Situation verlangt es einfach, dass man mit Konstellationen umgehen muss, die total unerwartet sind, sei es geschäftlicher Natur, sei es politischer Natur, sei es zwischenmenschlicher Natur. Und da gilt es dann eben, ruhig zu bleiben und doch konkret zu entscheiden. Ja, es ist so wenig planbar, was passiert. Und das wird immer mehr so. Ich glaube, die Volatilität nimmt grundsätzlich zu. Und wenn du jetzt darüber sprichst, dass du so entscheidungsfreudig bist oder die Punkte dafür verteilt hast, sozusagen, wie kam das? War das schon immer so bei dir? Hast du das irgendwo mal dir abgeguckt, gelernt oder ist das einfach, wie du geboren wurdest? Boah, ja, wie wird man geboren? Also, ich glaube, dass die grundsätzliche Lust am Lernen bei mir nie aufgehört hat, dass ich immer gerne mich mit neuen Dingen beschäftige und das eigentlich auch sehr erfüllend erfahre. Dass ich damit auch verbinde, immer zu reflektieren, was habe ich gemacht, wie hätte ich es anders machen können, wie würde ich es morgen machen. Und dass ich dabei doch schon sagen würde, ich schrecke nicht zurück von neuen Ufern. Also, es macht mir einfach Spaß, neue Dinge anzugehen. Das war seit jeher etwas, was mich vorangetrieben hat. Und gab es vielleicht einen bestimmten Manager oder eine bestimmte Position, wo du viel davon dir antrainiert hast, was du momentan als Skillset hast? Da gibt es mit Sicherheit viele Menschen, die einen auf dem Weg so inspirieren. Ich habe eine ganz frühe Phase gehabt, wo ich Technologie geliebt habe, dann habe ich sie komplett verdrängt und habe mich eher mit Musik beschäftigt. Und bin dann erst durchs Studium wieder mit der Technologie in Verbindung gekommen und habe dann gemerkt, ich kann mich mit der Technologie wirklich identifizieren und beschäftigen. Und habe dann angefangen zu schreiben, Artikel und Bücher und bin so ziemlich nahe damals an die Veränderung von Microsoft drangekommen, in den frühen 90ern. Und das fand ich eine unglaublich spannende Geschichte, weil, das werden manche, die jetzt da zuschauen und zuhören, wahrscheinlich gar nicht erlebt haben, aber Microsoft war ja ein ganz geschlossenes Unternehmen. Es war ja alles captive. Es gab mal sowas wie Microsoft Network, das war die Alternative zum Internet. Also, man möge es kaum glauben, aber das war die Ambition. Und ich war auf so einer Konferenz, das war 1994, als die dann darüber diskutiert haben, welchen Weg sie weiter verfolgen wollen. Da war Netscape gerade am Aufsteigen. Und dort hat das Top-Management im Grunde genommen gesagt, wir haben euch immer erzählt, es ist Microsoft, es ist unser Weg, so gehen wir voran. Und dann haben wir mal unsere Leute gefragt. Und deren Rückmeldung war, das ist totaler Quatsch. Spannend. Und das war der Tag, an dem die dann Internet Explorer und den Internet Information Server und eine 180 Grad Kehrtwende ihrer Strategie vorgestellt haben. Und die Stärke von dem, was sie da gezeigt haben, war, dass sie die Größe hatten zu sagen, die Leute in der Firma wissen es viel besser als wir. Das war großartig. Das ist sympathisch. Also, wo du über Microsoft sprichst, ich finde es auch spannend, wie oft die sich eigentlich schon selbst neu erfunden haben. Also, haben ja manche Dinge natürlich auch verpennt, wie zum Beispiel Smartphone Operating System, haben ja ganz viele verpennt, aber haben trotzdem ganz viel Relevanz heute noch. Ja, weil dem liegt, glaube ich, diese Kraft hatten und haben, sich in Frage zu stellen und natürlich ein Fundus an Wissen in einer Belegschaft haben, die technologieorientiert ist, wo es zwangsläufig dazu kommt, dass du ganz, ganz brillante Köpfe hast in der Firma. Und das gibt es für jede Firma, glaube ich, dass das Wissen in der Firma immer drinsteckt. Die Frage ist nur, wie bringe ich es hervor? Wie schafft man ein Umfeld, wo das gedeihen kann? Da sind wir vielleicht schon ein bisschen bei Kultur, aber ich möchte mal ein ganz kleines bisschen bei dir bleiben. Ich habe mir deinen Lebenslauf natürlich vorher angeschaut und also für mich wirkte es sehr so, als ob du viel Restrukturierung schon gemacht hast. Ich habe da Daimler, Private Equity Company und jetzt Metro irgendwie auch drin gefunden. Und Restrukturierung sind ja auch viele harte Entscheidungen einfach. Also ich meine, es ist halt schwierig, irgendwas läuft ja nicht, sonst würde man ja nicht restrukturieren und da muss man natürlich schwierige Entscheidungen treffen. Und wenn du mal so zurückguckst, vielleicht jetzt ohne das zu persönlich auszugestalten, gibt es irgendeine Entscheidung oder irgendeinen schwierigen Schritt, den du mal gehen musstest, der dich heute noch beschäftigt? Dass mein Berufsweg sich ganz anders entwickelt hat, als ich das eigentlich gedacht hätte, weil ich komme aus Technologie. und Innovation, habe das auch bei Daimler gemacht bis 2002 und war eigentlich immer so auf dem Weg, neue Dinge gestalten, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist so die Richtung, die ich einschlagen, weil ich bin dann 2003 CFO vom PKW-Bereich geworden von Mercedes, um dann ein Jahr später zu merken, Oh, wir müssen grundlegend die Dinge verändern gemeinsam, bin dann 2007 raus in Private Equity rein, auch mit dem Blick neue Dinge gestalten und wir werden komplett neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Und häufig guckt man auf PE, ist ja auch ein bisschen heuschreckig, ne? Also, dass man sagt, okay, da wird erstmal weggeschnitten und... Da hatte ich natürlich schon vorher meine Hausaufgaben gemacht und hatte mich für Permira entschieden und Permira war eigentlich immer ein Wachstumsinvestor, der aus guten Unternehmen noch bessere Unternehmen macht, aber auch Permira wurde nicht von der Finanzkrise verschont, also war ich ein Jahr später dann in einem Umfeld, wo eigentlich alle Dinge anders waren als geplant. Das musste viel restrukturiert werden. Hab da brutal viel lernen können, auch ganz andere Branchen, ganz andere Sichtweisen. Und bin dann 2009 zur Metro mit dem Blick, ja, da muss was passieren. Und da haben wir restrukturiert mit einem Programm, wie wir es auch bei Daimler eingesetzt hatten, wie ich es auch bei Permira in etlichen Fällen eingesetzt hatte, sehr methodisch, systematisch. Ist das dein Programm oder was, was du gelernt hattest? Es war ein externer Berater, der uns das Programm zur Verfügung gestellt hat. Geht im Grunde genommen sehr, sehr klar zahlenorientiert, sehr analytisch vor, schaut sich die gesamte Wertschöpfung an und setzt dann Projekte auf, indem man entsprechende Maßnahmen erarbeitet, Härtegrade, auch das kennen viele Leute, die mit solch einem Programm gearbeitet haben. Das Programm ist nicht erfolgreich gewesen. Und das hat mich sehr beschäftigt, weil es war nicht logisch, warum es nicht funktioniert hat. Es muss doch gehen. Es war von der Zahlen her, Welt her, von der Arithmetik her, von allem, was man so an Erfahrungswerten hatte, nicht nachvollziehbar, warum es nicht funktioniert hat. Und dann ist es doch so einfach, es nachzuvollziehen, warum es nicht funktioniert hat. Es lag an der Kultur. Spannend. Und einfach, weil die Leute nicht wahrhaben wollten, dass sich was verändern muss? Oder was war das Falsche an der Kultur? Also, ich glaube, wir haben hier eine unglaublich große Erfolgsgeschichte bei der Metro über Jahrzehnte gehabt. Und es war eine Erfolgsgeschichte von Replikationen von Modellen, die schon funktioniert haben und auch woanders funktionieren können. Das hat dazu geführt, dass man sich mehr auf Ausführungen fokussiert hat, als denn Generierung von neuen Ideen oder Adjustierung von alten Modellen in neue Modelle. Als der Handel 2007 mit der Demokratisierung von Informationen und Daten durch iPhone und Smartphone komplett revolutioniert wurde, haben sich die Dinge verschoben. Und tektonisch. Die Kräfteverhältnisse haben sich im Handel komplett verschoben. Und uns ist schwergefallen, dabei die neue Definition der Geschäftsmodelle wirklich so konsequent anzugehen. Und das andere, was dabei aus meiner Sicht entscheidend ist, ist, die Leute mitzunehmen. Weil Handel ist 100% People. Ich habe keine Forschung und Entwicklung, ich habe keine Produktion, wir haben keinen Softwarecode, den wir multiplizieren und verkaufen. Das ist nur Procurement, Einkauf irgendwie noch. Was wir haben, sind Menschen. Und der Erfolgsfaktor bei uns ist 100% der Faktor Mensch. Das finde ich ganz spannend, wie du das gerade zeichnest. Ich habe das in dem Automotive-Umfeld ganz häufig erlebt, dass wenn so ein Wandel passiert, dann hast du die Herausforderung, dass die Leute erstmal fundamental verstehen müssen, dass sich der Kern, also der KPI verändert. Also auf einmal geht es nicht mehr darum, wie viele Autos verkaufst du, sondern es geht darum, wie viele gefahrene Kilometer kannst du den Leuten verkaufen. Also was so weit weg ist von dem, was bekannt ist, das muss man dann erstmal irgendwie helfen, den Leuten beizubringen. Das ist gar nicht so leicht. Ja, und in gewisser Weise galt das auch für uns. Ich denke, auch da wieder das Modell der Vergangenheit will ich gar nicht kritisieren, weil es war ja so erfolgreich. Aber wir hatten hier schon fast mehr oder weniger eine Überzeugung, jedes Jahr in ein neues Land zu gehen. Expansion war Teil des Geschäftsmodells. Wohingegen die Frage heute, glaube ich, zu stellen ist, wer ist unsere Zielgruppe und wie schaffe ich für die Mehrwert? Und zwar konsequent in Ware, in Dienstleistung, in Informationstransfer, in digitalen Lösungen. Und dieser Sinneswandel von, es geht mehr um Quantität und das Gleiche nochmal zu machen, hin zu, nee, wir müssen uns auf einen Sinn fokussieren. Warum gibt es uns eigentlich? Und auf dessen Basis ein neues Geschäftsmodell entwickeln. Ich finde es so spannend, was du alles beschreibst, weil in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen hört man das immer wieder in Gesprächen, wenn wir Interviews durchführen. Wie kriegt man eigentlich eine Kultur verändert und was ist eigentlich eine Kultur? Gehen die Meinungen irgendwie so weiter auseinander? Ja, so aus dem Stehgreif, wie habt ihr das geschafft? Also irgendwie nur kurze Headlines, wie habt ihr es geschafft, eine Kultur zu verändern? Also ich glaube, für unser Modell, und das gilt jetzt ganz spezifisch für Handel und dann ganz spezifisch für Großhandel, war es unerlässlich, die Sinnfrage zu stellen. Was ist der Unternehmenszweck? Wozu sind wir da? Sind wir wirklich dazu da, jetzt in möglichst viele Länder, möglichst viele Standorte zu bringen? Das kann kein Unternehmenszweck sein, sondern zu definieren, wer sind die Zielgruppen, die wir erreichen wollen. Und da sind wir, glaube ich, gesegnet mit der Tatsache, dass wir klein- und mittelgroße Unternehmer vornehmlich als Zielgruppe definieren. Dass wir für die die beste Ware bereitstellen wollen. Warum? Nicht nur, damit sie mehr bei uns kaufen, sondern damit sie erfolgreicher werden. Und diese Diskussion, diese Erkenntnis, euer Erfolg ist unser Geschäft, war unglaublich wertvoll. 2013 haben wir für uns Champion for Independent Business als Kern der neuen Strategie definiert. Und seit jeher, würde ich sagen, haben wir an diesem Kern immer weitergearbeitet. Aber der ist so, so stark, weil er die Leute so persönlich auch anspricht, zu sagen, wir tun ja etwas, was gut ist für kleine Unternehmer. Das ist gut für deren Erfolg, für deren Familien, aber es ist gut für uns alle. Weil diese kleinen Unternehmer in der Gastronomie und im unabhängigen Handel, die definieren Lebensqualität und zwar überall auf der Welt. Und das merkst du auch jetzt in der Art und Weise, wie bei uns die Leute mit neuen Ideen um die Ecke kommen und sich mit der Firma identifizieren. Da würde ich heute sagen, das ist ein, ist ein enormes Delta zwischen 2012 und 2020. Das drückt so ein bisschen einen Knopf in meinem Kopf. Ihr hattet letztens ein Gespräch mit Christoph Wilanek von der Freenet-Gruppe und sinngemäß fand ich ganz spannend, wie er das ausgedrückt. Und er meinte, er hat irgendwann in irgendeinem Offsite oder so mit seinem Management-Team, hatte er mal unterschiedliche Mission- und Vision-Statements oder sowas irgendwie an die Wand geworfen. Und die waren auf der Suche nach einem eigenen oder wollten es irgendwie rebranden. Und hatte die dann vorgestellt und das waren alles Mission- und Vision-Statements von irgendwelchen anderen Firmen. Die klangen alle sehr ähnlich, also am Ende klangen die alle irgendwie wie, mache viele Kunden glücklich oder sowas. Also deswegen bin ich so ein bisschen hin- und hergerissen. Also das klingt total cool, wie du das gerade beschreibst. Und ich kann mich damit auch identifizieren, aber wie schafft man das, dass das für Leute auch was bedeutet irgendwie? Also dass das nicht einfach nur auf dem Badge irgendwo hinten drauf steht und das ist jetzt Kultur. Ja, also ich glaube, es fängt damit an, dass es authentisch ist und glaubwürdig. Dieser Claim kam nicht von der Agentur. Der kam nicht durch eine highly sophisticated Analyse und dann eine tolle Präsentation, am besten noch ein Video und alles Mögliche dabei. Nee, der kam aus einer Reflexion, wo sind wir heute schon gut, wo können wir besser werden, wo geht die strategische Reise hin? Und hat das dann letztendlich auf den Kern zurückgeführt zu sagen, das Erfolgsmodell in unserem Geschäft ist der Erfolg unserer Kunden. Und das können sicherlich auch viele andere Unternehmen für sich proklamieren. Bei uns ist es tagtägliche Wahrheit und man sieht es auch, man kann wirklich einen roten Faden ziehen. Da, wo wir das gut machen, haben wir heute schon starke Marktanteile und wachsen trotzdem immer stärker und haben auch außerordentliche Renditen. Dort, wo wir das nicht so gut gemacht haben, waren wir medioker oder schlechter als der Markt. In dem Maße, wie wir die Dinge gedreht haben und die Leute wieder motiviert haben, sich genau auf das einzulassen und in die Zielgruppe zu investieren, schaffen wir die Turnarounds. Nimm Portugal. Portugal war vor vier Jahren so ein Land im Portfolio, wo viele schon gesagt haben, oh, das haben wir dutzend Mal versucht, komm, lass bleiben. Am besten weg damit. Heute ist Portugal eine der am hellsten strahlenden Sterne im Portfolio, klein aber fein, wir machen da 400 Millionen Euro Umsatz. Aber die kommen jeden Morgen in den Laden rein und fragen sich, was mache ich für die Gastronomie in Portugal? Wir haben Bock. Was mache ich für die Gastronomie? Wie entdecke ich Produkte, die vergessen waren? Wie helfe ich den Leuten dabei, die Produkte richtig zu verarbeiten? Wie helfe ich denen dabei, neue Kunden zu finden? Wie kann ich mit der Vereinigung der Gastronomie in Portugal diese Branche auf ein neues Niveau heben? Und so wie ich es schon erzähle, hoffe ich, dass rüberkommt, dass die Leute das nicht machen, weil sie eine Jobdescription haben, in der steht, wenn du morgens ins Büro kommst, setzt dich hin und macht dir darüber Gedanken. Nee, die haben einfach Bock da drauf. Vielen Dank.